Jo Leute, was geht ab? Ich bin's dann wieder auf meinem Kanal. Heute mache ich einen neuen Wilde Woche Kipp-Welt Chaos Aufträge. Erster Auftrag und zwar bringe eine beliebige Kipp-Welt Waffe zum Überhitzen. Einmal 25.000 XP, dann würde ich sagen, sehen Sie uns gleich, wenn ich in einer Runde bin. Bis gleich, Leute. Ja Leute, hier habe ich auf jeden Fall eine Kipp-Welt Mini Gang. So sieht die auf jeden Fall aus. Äh, so, zack, hier. Das ist auf jeden Fall eine Kipp-Welt Mini Gang. Und wenn ihr eine nehmt, es gibt auch eine Kipp-Welt Sturmgewehr, ist egal welche. Hier braucht ihr eine Kipp-Welt Waffe. Ihr schießt so lange damit, bis sie überhitzt, bis sie nicht mehr schießen kann. Wie jetzt? Und so, zack. Gleich sollte der Auftrag abgeschlossen sein. Oh, wir brauchen auf jeden Fall Munition, dann sehen wir uns gleich wieder, wenn wir Munition gefunden haben. So, Leute, hier habt ihr auf jeden Fall eine Kipp-Welt Sturmgewehr, die ganze Zeit. So, zack, jetzt ist sie überhitzt, wenn sie so komplett rot ist. Auftrag abgeschlossen, 25.000 XP. Wirde Woche Kipp-Welt Chaos Aufträge. Äh, also ich mache heute vier Phasen. Wie ihr hier sehen könnt, fangen wir direkt mit der ersten Phase an. Und zwar füge Gegnern Schaden mit Kipp-Welt Waffen zu. 500 Schaden, 25.000 XP. Das Ganze könnt ihr überall auf der Karte machen. Dann würde ich sagen, sehen wir uns gleich, wenn ich in einer Runde bin. Bis gleich, Leute. Ja, Leute, wir haben ja auf jeden Fall auf der Karte ganz genau hier bei Ticolli da auf jeden Fall ein Kipp-Welt Gewehr gefunden. So sieht er auf jeden Fall aus. Und damit müssen wir jetzt einfach mal 500 Schaden machen. Ähm. Ich treffe dafür nichts. Also, äh, ihr müsst auf jeden Fall nur Schaden machen, müsst ihr an Gegner, ähm, und ja, dann sehen wir uns halt gleich wieder. 24 Schaden schon gemacht. Ihr könnt es auch am Bot, hier unten, wie ihr es sehen könnt, sozusagen. Ich hätte auf jeden Fall den Boss, der hier unten ist. Ich mache ihm gerade Schaden. Und das zählt dann einfach mal auf. Das zählt auch hier an dem kleinen Bot, hier auch. Oh, eine Sekunde. Ich werde hier gleich gekillt, deswegen. Wir räumen mal kurz ab. So, sagen auf Wiedersehen. Und wir kommen dann gleich wieder. Heute hier ist auf jeden Fall Dr. Slaum. Ihr könnt ihr auch, ihr könnt ihr auch Schaden zufügen. So, zack. Ihr könnt ihr so viel Schaden zufügen, wie ihr nur wollt. Und wir müssen eigentlich den Auftrag jetzt abgeschlossen haben. So, zack. Auftrag abgeschlossen. Das hier ist nochmal die Waffe, wie ihr sehen könnt. Kipp-Welt-Waffe. Äh, ihr könnt ihnen auf jeden Fall auch, äh, noch Schaden machen. Oder ihr nehmt den, äh, Kipp-Welt-Waffe-Gewehr. Oder ihr könnt auf jeden Fall die Minigun hier nehmen. Die Kipp-Welt-Mini-Gun. Äh, und ja, Leute. Ihr könnt es an Bord und an echte Gegner machen. Äh, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Lasst gerne einen Like da. Like. Abonniert gerne meinen Kanal, das Glocke, die sich keine Videos mehr verpasst. Und dann würde ich sagen, es war schon mit dem Video. Und ciao. Haut rein. Bis zum nächsten Mal, Leute. Tschüss, tschüss.